Musik Willkommen zu einem neuen Beitrag. Und damit auch willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mystery Snippets und ihr wisst ja, das ist das Format, in dem ich so die kleinen Meldungen aus dem Bereich Mystery und der Wissenschaft verarbeite. Noch ein kurzer Hinweis, dass sich ja nicht alle die Mythen-Hütten-Videos ansehen. Es gibt eine neue Website, die Mythen-Metzger-Website, die findet ihr unter der Domain, die dort steht. Wenn ihr möchtet, dann besucht die Seite einmal, da gibt es dann Berichte aus den verschiedensten Themenbereichen. Aber vielleicht schaut ihr euch vorher einfach mal die letzte Ausgabe der Mythen-Hütte an, da gibt es dann ein paar Informationen, die nicht ganz unwichtig sind bezüglich dieser Website. Aber wir starten jetzt hier einmal mit den Mixed Snippets und ich weiß, es gibt eine Frage, die viele von euch beschäftigt. Und wenn es Aliens gibt, wie sehen sie aus und wo leben sie? Und ich kann euch jetzt verkünden und da bin ich ein bisschen stolz drauf, diese Sache ist geklärt. Naja, nicht so ganz wirklich, aber eine Expertengruppe aus 30 Wissenschaftlern von namhaften Universitäten, die hat jetzt eine Theorie aufgestellt. Die sind nämlich der Meinung, ja, die Aliens sind schon längst hier. Und so sehen die aus. Tja, liebe Mythenbande, wenn ihr jetzt denkt, das sieht aber mal verdächtig nach einem Kraken aus, da habt ihr nicht ganz unrecht, das ist nämlich ein Krake. Also ein ganz normaler Bewohner unseres Planeten, den wir eigentlich alle kennen. Und trotzdem sagen diese Wissenschaftler, das da ist ein Außerirdischer. Aber wie genau meinen die das eigentlich? Naja, das Ganze ist eine große wissenschaftliche Abhandlung und ihr könnt hier mal die Beteiligten sehen, das sind die, die da fett geschrieben sind und darunter noch eine weitere Liste. Die kommen also wirklich alle von namhaften Universitäten. Und es geht darum nicht, dass hier irgendwelche Krakenwesen mit Raumschiffen auf die Erde geknallt sind und sich dann ins Meer zurückgezogen haben, sondern es geht um das Thema Transpermie. Und dieses Riesendokument hier einmal zusammengefasst, da geht es darum, dass die Wissenschaftler sagen, es hat eine Artenexplosion vor ein paar Millionen Jahren gegeben, die kann eigentlich nicht einfach so durch die Evolution vollführt worden sein. Da sind ja plötzliche Arten aufgetaucht, von denen hat man vorher überhaupt gar nichts gesehen. Nicht irgendwie ein, ich hätte nicht bei einer Vorgängermodell gesagt, aber das trifft es schon, sondern die waren einfach dann da. Und diese Gruppe von Wissenschaftlern, die geht davon aus, dass diese Lebensformen mit Asteroiden zu uns gelangt sind, als Eier oder Larven oder was auch immer. Und diese Asteroiden, das könnten Gesteinsbrocken sein, die durch den Einschlag anderer Asteroiden auf belebten Planeten eben von diesen Planeten weggesprengt wurden, die dann ihren Weg durchs All gesucht haben und dann bei uns hier ins Meer plumpsten. Und dieser Krake hier, das wäre so ein typischer Kandidat. Denn die Evolution dieses Kraken, wie wir ihn dort sehen, die ist ein bisschen lückenhaft. Und die fängt eigentlich erst mit diesem Kraken an. Der hatte kein Vorgängermodell, aus dem er sich entwickelt hat. Der war dann irgendwann einfach da, so wie viele andere Arten auch. Und das brachte diese Wissenschaftler eben auf die Idee, dass eventuell Eier und Larven auch mit Asteroiden zur Erde gelangt sein können, so wie man das ja bei Bakterien und Viren eigentlich schon anerkannt hat. Diese ganze Thematik, die ist natürlich wesentlich komplexer, als ich es jetzt dargestellt habe, aber die richtet sich damit natürlich gegen die Evolutionslehre. Und dementsprechend bekommt diese Gruppe Wissenschaftler natürlich gerade Feuer ohne Ende von ihren Kollegen aus der Wissenschaft. Nur können die leider auch nicht erklären, woher denn diese Arten, die plötzlich auftauchten, eigentlich herkommen. Daran arbeitet man nämlich in wissenschaftlichen Kreisen immer noch. Es gibt nicht für jedes Lebewesen auf diesem Planeten eine nachvollziehbare Evolution. Naja, warten wir mal ab, was da zum Schluss bei herauskommt. Hier riecht es irgendwie komisch. Aus alter Erfahrung weiß ich, wenn das jemand sagt, da solltet ihr einmal euch selbst überprüfen oder hinter dem Sofa nachsehen, ob sich da aus den Essensresten mittlerweile eine neue Lebensform entwickelt. Es gibt aber eine Person, wenn ihr bei der zu Besuch seid und die sagt dann, hier riecht es aber komisch, dann habt ihr wirklich Grund, in Panik zu verfolgen. Das hier ist Arikala und mehrere englischsprachige Zeitungen haben in der vergangenen Woche über sie berichtet. Denn Arikala sagt, ich kann riechen, wenn andere sterben werden. Das erste Mal, dass sie diese Gabe feststellte, das war im Alter von zwölf Jahren, als sie ihren schwerkranken Onkel besuchte. Da haben sie einen Geruch wahrgenommen, den sonst niemand im Raum riechen konnte. Süßlich, aber doch irgendwie wie verdorbenes Fleisch. Das will sie dann in ihrer Kindheit noch einige Male erlebt haben, bis sie dann eine Verbindung erkannte zwischen diesem Geruch, den sie in der Gegenwart einiger Personen wahrnahm und deren Ableben. Und im Laufe der Jahre, wo sie nun älter wurde, da hat sich diese Fähigkeit dann weiter ausgeprägt. Mittlerweile, da hat sie ihren Job aufgegeben, ganz normale Arbeitsstelle und widmet sich nur noch dieser Sache und ist als Medium aktiv. In dieser Rolle, da möchte sie dann besonders Frauen helfen, wenn sie Probleme mit ihrer Psyche haben und ihnen aus dieser Situation heraushelfen. Nun habe ich einen Artikel gefunden, der beschreibt dann noch etwas anderes über diese Frau, die stammt aus Australien. Und da habe ich gelesen, dass die australische Polizei sich hin und wieder ihrer Hilfe bedient. Denn angeblich kann sie sogar riechen, wenn jemand einen anderen ermordet hat, weil dann der Geruch des Todes an ihm haften würde. Und angeblich soll sie auch die Fähigkeit haben, irgendwo in einem Waldgebiet zum Beispiel Plätze erkennen zu können, an denen vor einiger Zeit noch eine Leiche lag. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Restgerüche von Verwesung, die da am Blättern oder Bäumen haften könnten, sondern es geht um Orte, an denen kürzlich jemand ermordet wurde. Was die Lebenden betrifft, nimmt sie diese Gerüche oft in Gegenwart älterer oder kranker Menschen wahr und dann weiß sie, dass diese nicht mehr lange leben werden. Und wie sie selber sagt, hatte sie oft darüber nachgedacht, ob sie diesen Personen darüber Bescheid geben sollte oder nicht. Sie hätten dann vielleicht noch Gelegenheit, Dinge zu erledigen, die sie noch erledigen möchten, bevor sie sterben oder vielleicht noch ihr Leben irgendwie in Ordnung zu bringen, falls etwas nicht stimmt. Aber sie sagt, sie hätte irgendwann erkannt, dass das nicht ihre Aufgabe sei. Ja, was meint ihr? Ist so eine Fähigkeit, wenn sie diese nun tatsächlich hat, Segen oder Fluch? Oder hättet ihr vielleicht gerne selbst die Fähigkeit erkennen zu können, wenn jemand in Kürze sterben wird? Oder sagt ihr, das Ganze ist kompletter Humbug und da hat sie sich fein was ausgedacht und zufällig haben ein, zwei Vorhersagen von ihr dann vielleicht gestimmt. Wenn sie es kann, dann stelle ich mir die Situation, wenn sie alleine irgendwo ist, nicht besonders schön vor, wenn sie diesen Geruch dann wahrnimmt, weil dann weiß sie selbst Bescheid. Na, was denkt ihr, seht ihr hier? Ich denke, die meisten von euch, die werden das relativ schnell erkennen. Das ist der LHC, der Teilchenbeschleuniger im CERN in Genf. Es gibt ja nun verschiedene Ansichten über diese Einrichtung. Manche sind besorgt, dass dort ein schwarzes Loch entstehen könnte. Andere denken, dass dort vielleicht unter Umständen aus Versehen ein Tor in eine andere Dimension geöffnet werden könnte und da weiß man nicht, was passiert. Und wieder andere, die sind dann der Meinung, dass man dort bewusst Tore in eine andere Dimension schaffen möchte, um dämonische Wesen auf die Erde zu bringen. Aber es gibt natürlich nicht nur Befürchtungen, es gibt natürlich ganz viele Menschen, die sagen, das ist alles Mumpitz, das hier ist eine hochtechnische Einrichtung, dieser LHC und da wird an der technischen Zukunft, an vielen, vielen Dingen der Menschheit gearbeitet. Und das ist alles ganz sicher, da kann mal überhaupt gar nichts passieren. Und gelegentlich, da gibt es Aufnahmen, die werden im Internet verbreitet, die verursachen dann bei den ersten drei Fraktionen ein bisschen Angst. Und so etwas, das habe ich gerade wieder in einem Forum entdeckt, mit einer riesen Diskussion darunter über die Echtheit und über die Befürchtungen, wenn es echt ist, was es sein könnte. Das hier ist angeblich eine Aufnahme, die in Genf über dem CERN gemacht wurde. Da soll sich so ein Ring gebildet haben und man spricht davon, dass das Ganze ein Portal ist. Und zwar in eine andere Dimension. Ihr habt gesehen, da blitzt es noch schön, passt also alles zu dem, wie man sich so etwas vorstellen würde. Während die einen nun sagen, man sieht ja ganz deutlich, dass das ein CGI-Effekt ist, da sind andere richtig besorgt. Die sehen das nämlich als Bestätigung dafür, dass CERN daran arbeitet, Portale in die Welt der Dämonen zu öffnen und dann Baal hier auf die Erde zu holen. Was einem sicherlich sofort auffällt, ist die Tatsache, dass das Ganze mal wieder mit der Kartoffelkamera aufgenommen wurde. Und liebe Gempfer, ich weiß ja nicht, wie das Klima so durchschnittlich bei euch ist, aber wenn ihr hier mal rechts im Bild den Baum seht, gibt es bei euch Palmen. Das ist jetzt wieder so, wie die Aufnahme dieser Blitze, die damals über CERN gemacht worden sind. Das Ganze waren Sekundenaufnahmen eines Gewitters und das wurde dann noch ein bisschen bearbeitet. Und dann hat das jemand auf seinem Facebook-Account online gestellt und hat dann nur geschrieben, dass es über Genf war. Dabei war es noch nicht einmal über dem CERN, aber sofort verbreitete sich dieses Bild und alle waren in heller Aufregung. Dabei hat der Fotograf weltweit diese Art Fotos gemacht. Er benutzte eine besondere Technik und das Ganze war ein Blitz, wie er ihn überall auf der Welt auch schon anderswo fotografiert hat. Und damals war es eben auch so, dass sich dort angeblich ein Riesendimensionstor geöffnet hat, aber nicht ein Fernsehsender, nicht ein YouTube-Video, nicht ein Radiosender, keine Zeitung, niemand hat darüber berichtet. Und genau so ist das jetzt hier eben auch der Fall. Und ich weiß, liebe Genfer, ihr sprecht da Französisch, aber die Vorstellung ist einfach zu schön, wenn Urs und Gridli am Fenster stehen. Und Urs sagt dann, Du, Gridli, da ist dein Dimensionstor. Und Gridli sagt, Du, Urs, das ist ein Portal. Sollen wir davon ein Foto machen? Und der Urs sagt dann, Och, nö. Da muss man sich nicht wundern, warum da keine Bilder, außer dieses eine Video hier, veröffentlicht werden. Das sind eben so Gedanken, die muss man sich mal machen, wenn so ein Video auftaucht. Warum gibt es nur diese eine Aufnahme, wenn das da minutenlang am Himmel stand? Oder wie ist eure Meinung dazu? Würdet ihr sagen, das ist echt? Oder würdet ihr sagen, das ist eine CGI-Arbeit? Da wird uns mal wieder jemand für dumm verkaufen. Das hier ist Hokkaido in Japan. Und in dieser, auf dem Bild recht bunt wirkenden Stadt, da gibt es einen Schrein. Und in diesem Schrein, da steht eine Puppe. Und diese Puppe, die hat eine ganz besondere Geschichte. Und wie immer bei solchen Geschichten, da gibt es da unendliche Varianten, wie sie sich denn zugetragen haben soll. Und je weiter man gräbt, desto mehr kommt zu dieser Geschichte hinzu. Ich gehe dann immer so vor, dass ich mir so die ältesten Quellen heraussuche, die ich finden kann. Und wenn es davon dann mehrere gibt, dann neige ich dazu, mir die rauszusuchen, die am schlichtesten ist. Und demnach ist die Geschichte dieser Puppe wie folgt abgelaufen. Im Jahre 1918 kaufte ein 17-jähriger Junge namens Aikishi Suzuki seiner kleinen Schwester eine Puppe. Die Familie, die wohnte in einem Ort namens Sapporo und das ist ein Vorort von Hokkaido. Die kleine Schwester des 17-Jährigen, die den Namen Hikuku hatte, die freute sich immens über diese Puppe. Und sie nahm sie überall mit hin. Es verging nicht eine Stunde am Tag, wo sie diese Puppe nicht bei sich gehabt haben soll. Aber eines Tages, da erkrankte Kikuku und sie bekam hohes Fieber und letztendlich verstarb sie an dieser Krankheit. Und wie es damals dort so üblich war, wurde das kleine Mädchen dann mit all ihren privaten Besitztümern verbrannt, damit sie diese auch im Jenseits noch zur Verfügung hat. Es gibt nun zwei Varianten. Die eine sagt, die Eltern haben ausgerechnet die Puppe vergessen, mit ins Feuer zu legen. Und die andere Variante sagt, die Eltern wollten diese Puppe als Erinnerung an ihre Tochter behalten. Wie dem auch sei, die Puppe landete nicht im Feuer. Die Puppe, die wurde dann zusammen mit der Asche des Mädchens in einen Schrein gestellt. Und dieser Schrein, der stand dann auf dem Grundstück der Familie. Und die Familie, die betete dort jeden Tag für die Seele des Mädchens. Ursprünglich hatte diese Puppe eine sogenannte Okapa-Frisur. Das ist so eine Art Pagenschnitt. Aber mit der Zeit, da bemerkte die Familie, dass die Haare der Puppe wuchsen. Und das Ganze soll dann so weit gegangen sein, dass die Haare der Puppe irgendwann bis zu ihren Knien gewachsen sein sollen. Für die Familie war dies ein Zeichen, dass die Seele ihrer Tochter in diese Puppe gefahren ist. Und mehrmals soll es so gewesen sein, dass sie dieser Puppe die Haare schnitten, die wuchsen aber dann angeblich immer wieder nach. 1938, da soll der Vater dieser Familie dann die Puppe an den Manjenji-Tempel abgegeben haben. Und da steht sie heute noch. Es gibt zwei Aussagen darüber, warum diese Puppe abgegeben worden sein soll. Die eine, die sagt, es herrschte damals eine wirtschaftliche Not und die Eltern, die mussten diesen Ort verlassen, um woanders zu arbeiten, wollten aber die Seele ihrer Tochter, die sich in dieser Puppe befand, nicht noch von diesem Ort entfernen. Und die andere, die sagt, die Eltern, die hatten da schon ein relativ hohes Alter und sorgten sich darum, was mit dieser Puppe und damit mit der Seele ihrer Tochter passieren würde, wenn sie nicht mehr lebten. Und deshalb hätten sie diese Puppe mit dem Schrein an ein kleines Kloster abgegeben und die Mönche gebeten, sich weiterführend um diese Puppe zu kümmern. Und das tun sie anscheinend bis heute. Und man darf diesen Schrein besuchen. Man darf halt nur keine Fotos von dieser Puppe machen. Allerdings in der heutigen Zeit mit den Handys und so weiter, da gelingt es dem einen oder anderen immer wieder einmal ein Foto dieser Puppe zu machen. So wie hier auf diesen Bildern. Und da sieht man halt, dass diese Puppe sehr lange Haare hat. Diese Geschichte, die hat sich mit der Zeit in Japan herumgesprochen und angeblich, Betonung liegt auf angeblich, soll es so gewesen sein, dass japanische Wissenschaftler eine Haarprobe dieser Puppe entnommen haben und dort festgestellt haben, dass diese Haare menschlich sind. Das ist natürlich dann höchst merkwürdig. Aber es war im Japan nicht unüblich, damals zu dieser Zeit, 1918, dass die Puppen menschliche Haare bekamen. Insofern wäre das nicht verwunderlich. Die Frage ist halt nur, können Haare auch ohne Menschen, auf dem sie wachsen, auf einer Puppe wachsen? Was denkt ihr? Würdet ihr sagen, sowas gibt es? Diese Seele des Mädchens hat sich vielleicht wirklich in diese Puppe zurückgezogen? Oder würdet ihr sagen, das ist kompletter Quatsch? Oder sagt ihr vielleicht, es ist durchaus möglich, dass die Haare, wenn sie denn mit der Wurzel entfernt wurden, aus irgendeinem Grund vielleicht weiterhin wachsen? Oder schieben wir das Ganze in den Bereich der Urban Legends? Fakt ist jedenfalls, dass diese Puppe tatsächlich aus den genannten Gründen in diesem Kloster steht. Der wahre Teil dieser Geschichte ist also Puppe geschenkt, Mädchen leider verstorben. Die Puppe stand mit dem Schreien auf dem Grundstück der Eltern und wurde dann irgendwann an das Kloster übergeben. Ob es, wie manche meinen, tatsächlich so war, dass diese Puppe einfach eine andere Art dieser Produktion dieser Puppen war, nämlich eine mit langen Haaren und das nur einfach in Vergessenheit geraten ist und diese Puppe in diesem Schrein nur als Gedenk an die Tochter steht und sich diese ganze Geschichte nur um diese langen Haare entwickelt hat, die eigentlich nur eine ganz normale Puppenproduktion sind, das weiß man nicht. Ja, ihr seht, alles ist mal wieder möglich. Was ist eure Meinung zu dieser Sache? Und jetzt noch eine kleine Meldung aus Australien, die ist relativ frisch vom 01.06.2018. Da ist da etwas an den Strand gespült worden. Ja, und wer jetzt denkt, mein Gott, jetzt kommt das nächste Monster, was in Wirklichkeit nur ein verschimmelnder Fisch ist und deshalb etwas seltsam aussieht, dem kann ich das nicht verdenken, aber diesmal ist es etwas ganz anderes. In Australien wurde ein, ja, wie soll man es beschreiben, unbekanntes, mechanisches Gerät angespült. Das Ganze hat sich zunächst im Sand befunden und da konnte man das eigentlich noch gar nicht so richtig sehen, was das ist, aber dann hat man es ausgegraben und dann hat man es herumgedreht und da ergab sich da folgendes Bild. Das Ganze ist ein Gerät, das über eine Glaskuppel verfügt und in dieser Glaskuppel befindet sich irgendeine Mechanik. Oben drüber steht das Wort Falken, also Falken. Das sieht im Moment so aus, als wäre es irgendwie auf eine schmutzige Scheibe mit dem Finger geschrieben worden, aber das ist dort in diese Scheibe mehr oder minder eingekratzt. Das Teil scheint ein gewisses Alter zu haben, weil, wie ihr seht, das hat schon ordentlich Rost angesetzt, aber innen drin, da befindet sich seltsamerweise ja, halt so Elektronik, wie man sie heute benutzt. Keiner weiß, was es ist, das australische Fernsehen hat in den Nachrichten schon nachgefragt, ob irgendjemand vielleicht weiß, was das für ein Ding ist. Daraufhin meldeten sich dann verschiedene Leute mit verschiedenen Lösungen, die alle interessant klangen, aber dann leider doch nicht zum Ziel führten. Von einer normalerweise am Meeresgrund fest montierten GPS-Einrichtung zur exakten Positionierung von Bojen war da zum Beispiel die Rede. Es gibt eine illegale Fischfangmethode, die nennt sich Zerstörer der Ozeane. Was genau das ist, weiß ich jetzt nicht, aber da könnte es zugehören, wurde gesagt, aber auch das wurde dann wieder verworfen. Also im Moment weiß man immer noch nicht genau, was das für ein Teil ist, was man dort gefunden hat. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Lösung und schreibt dann mal eben nach Australien, damit die da wissen, was da an den Strand gespült wurde. Aber vorher schreibt das dann bitte noch in die Kommentare, damit wir etwas schlauer sind und nicht die australischen Nachrichten ansehen müssen. Ja, das war es jetzt für diese Ausgabe der Mixed Snippets. Ich hoffe, es war für jeden etwas dabei. Wenn ihr mögt, besucht mal die Kanäle der Mysterybanden Mitglieder. Da gibt es auch immer interessante Beiträge und schaut mal auf der neuen Website vorbei. Vielleicht ist da ja noch mehr dabei, was euch interessiert. Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lassen wir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin alles Gute für euch.